servus liebe world of warcraft zu einem neuen video auf meinem kanal mit dem reminder diese woche wenn ihr fleißig wart bisher und alles an seelen glut mitgenommen habt was es bisher zu erreichen gab könnt ihr diese woche euer rank 6 legendary herstellen das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen wie viel seelen glut ihr dafür benötigt und so weiter und so fort also los geht's aktuell beziehungsweise anders als bei anderen ressourcen bekommt ihr hier in diesem abzeichen tab nicht das bisher maximale limit angezeigt weil sie hier turmwissen da gibt es ja auch ein saison maximum das ist bei der seelen glut bisher noch nicht der fall wenn ihr aber alles bisher gespielt habt heißt jeden torgast run alle angriffe der pakte im schlund dazu tormenters of torgast also diesen mob pro woche kommt ihr diese id auf 1190 seelen glut das heißt ich habe einmal irgendwas vergessen ich glaube das war letzte woche tormenters of torgast oder so die geben 50 aber sei es drum reicht trotzdem denn in der kommenden woche könnt ihr insgesamt 510 seelen glut ergattern und ihr braucht fürs legendary 1650 also das heißt wer aktuell am maximum ist mit 1190 kommt auf 1700 nicht eingerechnet in diese rechnung es gibt manchmal jetzt auch missionen wo ihr beispielsweise seelen glut für bekommt das habe ich jetzt mal außer acht gelassen weil das einfach eine sache ist hat vielleicht nicht jeder und so weiter und so fort fix aus inhalten aus dem aktuellen patch sind es 1190 und dann nächste woche 1700 was ihr dafür dann tun müsst ist im schlund den angriff abschließen der dann wieder kommt am mittwoch dann die tormenters of torgast das ist immer alle zwei stunden ab 1 uhr nachts 3 uhr nachts 5 uhr 7 9 11 13 15 und so weiter ihr versteht das prinzip der gibt 50 der angriff im schlund ebenfalls 50 sind wir bei 100 dann solltet ihr torgast gemacht haben mindestens diese id ebene 11 mit 4 stern dann schaltet ihr nächste woche ebene 12 frei beziehungsweise nächste id und dort bekommt ihr für einen layer 12 run 180 seelen glut macht insgesamt 360 sind wir dann also mit dem tormenters of torgast und dem ersten angriff bei 460 und zu guter letzt dann habt ihr am samstag noch mal einen neuen angriff im schlund gibt auch noch mal 50 seelen glut und damit werden wir dann bei den 510 beziehungsweise dann insgesamt 1700 für das legendary auf rang 6 benötigt ihr wie bereits erwähnt 1650 seelen glut und an seelen asche sofern ihr beispielsweise hier so ein legendary upgraded braucht ihr nichts weiter craftet ihr neu sind es diese ich glaube 5150 waren es aber da kommen sonst keine weiteren kosten hinzu und damit sind wir dann an dem punkt wo man mit dem legendary am max ist geht jetzt erst die erste id und ja wenn ihr direkt up to date sein wollt loslegen craften ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen wenn dem so ist like abo glocke würde mich sehr freuen und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit bis dahin reingehauen